Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Ich war schon lang nicht mehr live. Ich war am Anfang auch so oft live und jetzt gar nicht mehr. Welcome! Wir haben 7 Uhr und ich habe wahrscheinlich genauso wenig zu tun wie ihr alle. Hi! Ich hoffe bei euch alles supidupi. Anzeige ist raus. Was geht? Oha! Wieso habt ihr alle nichts zu tun? Wie geht's? Wie steht's? Hallo, hallo, hallo. Ich hab meinen Ellbogen gestoßen. Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Mir geht's super. Hallo, hallo, hallo. Ja, ich habe auch lange gewartet, dass ich wieder mal live gehe. Schon ein bisschen länger her. Nee, wir sind hier in Berlin bei mir. Jetzt sind wir bei mir in Berlin. Oha, so viele Leute aus dem Dings diesmal. International, was geht ab? Ja, ich habe ja sehr viel langweilig und ich dachte mir so, ich gehe kurz live für eine Viertelstunde oder 20 Minuten einfach ein bisschen zu labern. Nee, wir sind nicht mit dem Bett gefahren. Ich hatte nämlich keine Lust. Hallo? Ja, es ist schwierig. Mal gucken, wie lange ich live bin. Ja, ich bin in Berlin. Was, 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 was haben wir hier? Wir haben irgendwelche Fragen jetzt schon. Was habe ich für eine Apple Watch? Die 4. Vor, ich glaube, eineinhalb Jahren gekauft. Ja. Nothing special. Tipps für Klimmzüge. Einfach machen. Just do this. Ah, ich war ja heute bei Ramon. Ein Interview kommt. Ich glaube, wir wollen es sogar heute fertig schneiden und wollen es morgen posten. Ich bin gespannt, ob der Herr das packt. Haben ein bisschen über mich geredet, ein bisschen über mein Modelleben. Dass es nicht so ist, wie es scheint. Dass es, ja, einfach so ein bisschen, wie ich gestartet habe, wann es angefangen hat und so weiter und so fort. Was ist mega cool bei G&CM. Dankeschön. Danke. Sehr nett von dir. Was hast du heute so gemacht? Nicht viel. Ich hatte mit Ramon aka ItGirlagenten noch ein Interview. Haben ein bisschen gequatscht. Dann bin ich mit dem Scooter heimgefahren. Ich habe eine halbe Pizza gegessen. Ja, ansonsten nicht viel. Hallo, hallo. Hey, Anna. Hey. Ja, ich gucke wahrscheinlich auch das Finale. Ich muss ja wissen, wer gewinnt. Hallo. Hallo. Schon interessant. Ich hätte noch... Was geht da? Was haben wir noch für Fragen? Ui. Ein paar. Kannst du dir vorstellen, auszuwandern? Safe. Irgendwann mal. Ich weiß nicht, ob ich in Deutschland bleiben will. I don't know. Ich brauche eigentlich die Sonne, das Meer. Gute Laune jeden Tag. Und gutes Wetter jeden Tag. Das will ich. Ja. Ich bin gerade in Berlin. Anna ist unten. Wie war es bei G&CM? Immer noch gut. Wo ich auswandern? Ich weiß nicht. Ich war ja in Australien ein Jahr lang. Das war schon nice, aber Australien ist so weit weg. In London war ich einen Monat. London ist schon schön, aber das Wetter ist auch nicht so geil. Aber die Leute sind cool. Vielleicht nach Ibiza oder so. Spanien generell. Ist ganz nice. Ja, was geht? Wie geht es euch? Oh. Sonne in mein Gesicht. Wie war es bei G&CM? War super. Ich würde jederzeit wieder mitmachen. Direkt. Wenn die Anfrage morgen kommt, würde ich direkt wieder dabei sein. Interview kommt morgen oder übermorgen? Mit Ramon. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, das packt morgen. Ich fand das Shooting super. War halt ein bisschen wenig begleitet. Ja, doch, begleitet. Aber war okay. Nee, also eigentlich mache ich immer nur Fitness. Aber ich wollte jetzt anfangen zu joggen. Ich habe mir sogar teure Laufschuhe gekauft. Deswegen muss ich die eigentlich ausnutzen. wäre dumm, wenn ich es jetzt nicht machen würde. Aber ich gehe wahrscheinlich nach Mailand für einen Monat. In zwei Wochen. Eineinhalb Wochen. Da geht es dann wieder ab. Ja. Deswegen könnt ihr gespannt sein auf coolen Content. Mailand ist wieder wild. Da geht ein anderes Game. Was gibt es noch? Boah. Hast du ein verborgenes... Ich kann meine Ohren, glaube ich, nicht wackeln. Ich bin 1,90. Frühstück. Ich frühstück selten. Ich trinke eigentlich immer nur Kaffee am Morgen, weil ich keinen Hunger habe. Und ansonsten... Ja, ich frühstück eigentlich nie. Nie. Kannst du meine Freundin Helene grüßen? Hi, Helene. Es geht. Was hat anderen zum Shooting gesagt? Die war fein. Die war proud. Die war stolz auf mich. Ja. Ja, ich gucke das Finale am Donnerstag. Meine Favoriten? Schwierig. Also ich habe gesagt, meine Top 3 Favorites sind Dasha, Romina und Solin. Wer von den dreien gewinnt oder ob... Also generell, ich weiß nicht, ob jemand ganz anders gewinnt. Aber ich glaube, ich würde es mir für Romina wünschen, weil ich es einfach persönlich kenne. Aber ich würde es auch allen anderen gönnen. Ja. Wie viel Protein am Tag nimmst du zu dir? Circa 170 Gramm? Ja. Pi-pa-po. Oder 180 manchmal auch mehr. 2 Gramm. Ich bin 1,90 groß. Ich bin relativ groß. Lieblings, weißt du schon, wie du von Mainland läufst? Ne, keine Ahnung. Mainland ist wieder so. Erst Castings, Castings, Castings. Und dann mal schauen. So viele Shows sind nicht in Mainland wegen Corona. Ja. Romina for the win. Ist ja schon krass. Ne, ich wollte noch nicht immer Model werden. Das Ding ist, ich habe heute so viel erzählt über mich selbst bei Ramon. Ich hoffe, das Interview kommt einfach morgen. Und dann wird sich ganz viel über mich selbst klären, was ich mache, wer ich bin und so weiter und so fort. War ich schon mal in Lissabon? Nein, doch. Oder war ich schon mal da? Ich glaube nicht. In welchen Städten hast du Haus? Nur in Berlin. Und meine Eltern wohnen, meine Färben, die Mutter in der Nähe von Frankfurt. Lieblings T-Shirtabak. Ich rauche so selten. Die Hunde gehen wieder ab. Ja, was geht's an? Ich bin 24. Wie oft mache ich Sport am Tag? Gar nicht manchmal. Heute war ich gar nicht, obwohl ich wollte, aber ich hatte keine Motivation. Bei mir ist manchmal auch die Motivation so ein bisschen der Keller. Ja, mir wurde schon oft gesagt, dass ich so wie Patrick Swayze aussehe. Ich sehe es irgendwie selbst nicht, aber mir wurde es schon oft gesagt. Gibt's bald Kinder? Nope. Ich hab... Nope. Nee. Hab grad andere Probleme. Ich schiebe dann Instagram, dann was? Hallo, stopp. Wo ist die Nachricht? Äh, weil ich viele dort... Ah, okay. Nice. Wie kann man... Ich wohne ja hier mit Paul und mit Kai zusammen. Ich wohne ja nicht alleine in so einer großen Wohnung. Und es kommt demnächst eine Roomtour. Wird witzig. Welche Creme benutzt du für was? Deine was? Deine Haut? Von Colibri. Irgendwo. Sorry. Ich bin heute ein bisschen durch, deswegen. I'm sorry. Du siehst aus wie zwölf, wenn du nicht den drei Sekunden... Ich verstehe es nicht. Adam Gerrit. Kommst du mal nach Wien? Ja, irgendwann bestimmt. Hallo, mein Sohn. Nein. Oh, ich bin ein bisschen zu weit oben. Sorry, sorry. Bist du vom Lost Heizbaum gefallen? Ich glaube, heute ist der Lost Heizbaum... am Schein. Was ist eine Roomtour? Oder mal... WG-Tour. Also einfach... mein... meine WG. Wollte ich auf YouTube oder so zeigen. Was mache ich jetzt erstens, wenn Corona vorbei ist? Erstmal wegfliegen. Wahrscheinlich mache ich es sogar auch in Corona. Ich fliege ja wahrscheinlich in einer Woche nach Mailand. Welche Creme nutze ich für mein Gesicht? Von Colibri. Die Tagespflege, die ist wild. Ich nutze eigentlich alles von Colibri. Moin. Sag mal, wenn du nach Frankfurt fährst und wo ihr seid, kommt ein bisschen Stalker-Heft. Sorry. Kennst du Karben? Nee. Es ist Karben. Warst du schon mal in Frankfurt? Ich wohne ja in der Nähe von Frankfurt, deswegen war ich schon sehr... Ich gehe mal ins Gipsen feiern. Wahr. In meinem Gipsen feiern. Wirst du Shampoo? I don't know. Irgendjemand, was gut riecht. Darüber mache ich mir keinen Kopf. Welches Musi-Genre? Ich höre eigentlich alles, bis auf so Hardcore-Stuff. Oder Rock ist auch nicht so meins. Nee, ich kann nicht Karben. Dann kann ich es nicht. I'm sorry. Wie oft mache ich Sport in der Woche? Früher 6, 7 Mal. Jetzt vielleicht noch 3, 4 Mal. Ja, ich wollte demnächst eigentlich ein Video machen über Skincare-Stuff. Was interessiert irgendwie schon ein bisschen viele. Und ich finde, da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern, weil Haut ist Haut. Keine Ahnung, wieso man da verschiedene Sachen herstellen muss. So bescheuert. Ich habe tatsächlich gestern mein erstes YouTube-Video abgedreht. Was eigentlich auch kommen sollte demnächst. Einfach nur, weil ich Lust habe. Und weil ich jetzt nach Mailand gehe. Und ich glaube, es könnte ganz interessant sein, einfach mal so ein bisschen meinen Alltag mitzubekommen. So Castings und so weiter und so fort. Dann die ganzen Model Boys. Und ja, deswegen habe ich einfach mal ein YouTube-Video gedreht. Das erste Video wird sein 25 Fakten about myself. Und für die, die es interessiert, die können, ja, ich weiß noch gar nicht, wie mein Kanal heißen wird. Aber kurzer Sneaky. Kurz mal ein bisschen Tee gedroppt. Was gibt es noch? Hast du vor, dass GNTM-Finale am Donnerstag ist schon? Yes. Oh, jetzt haut die Sonne rein. Ui. Aber vielleicht werde ich ein bisschen braun dadurch. Welches Smacklastic ist mein Favorit? Definitiv das hier, oder? Ich habe davon halt sau viele. Also es wäre gelogen. Es wäre gelogen, wenn ich nicht sagen würde, das ist mein Favorit hier. Das ist exclusive. Das ist vorwieher mein Favorit. Ich esse gerade Pudding. Magst du Pudding? Ja, ich mag Pudding. Magst du Pudding? Ich mag Vanillepudding mehr als am Schokopudding. Was ist dein Lieblingspudding? Ja, ich mag Pudding. Ja, irgendwie ist es gerade wild mit den ganz intentionalen Followern. I don't know why. Aber es ist okay. Aber ich wollte gar nicht so lange live gehen. Noch ein paar Minuten. Dann schaue ich, wer hat Sarah ermordet weiter. So gut die Serie. Wie kamst du zum Morgen? Ich wurde in Australien gescoutet. Also angesprochen an einem Hostel. Ganz random. War nicht mein Plan. Soll ich hier was reinnehmen? Ein bisschen, ein bisschen. Ich bin gerade nicht so im Modus. Spaß. 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 Ich weiß nicht. Ups. Ups. Bei welcher Folge? Ich weiß gerade nicht. Bei Staffel 2 auf jeden Fall am Ende. Soll ich spoilern? Nein. Ich bin nicht so ein böser Mensch. Und Spoiler jetzt. Wie läuft Cardiotraining? Läuft nicht so gut. Ich bin gerade ein bisschen faul. Obwohl das Wetter so gut gerade ist zum Joggen. Ich bin so faul. Für wen bist du im Finale? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht entscheiden, für wen ich bin. Ich gönne es allen. Ich will jetzt. Ich weiß nicht. Du bist direkt geblockt. Du komisch. Okay, wir machen noch 5 Minuten bis halb 8. Ich gucke, danach gehe ich mal direkt auf TikTok Live. Einfach ums. Ja. Um halb 8 gehe ich kurz auf TikTok Live. Einfach so. Dann haben wir Instagram durch. Dann auch TikTok. Und dann easy game. Also für die, die auf TikTok joinen wollen. Kommt um halb 8. Dann auch noch da drauf. Gibt es noch einen anderen Talk. Vielleicht gehe ich dann kurz runter zu Kai. Weil der ist gerade am Beine trainieren. Und der rastet gerade wieder aus. Ist am Schreien. Hört jetzt im Glück nicht. Der macht glaube ich 180 Kilo wieder oder so. Wir haben ja unten einen Gym. Und ja, Kai ist gerade gut am Pumpen. Aber das mache ich dann gleich auf TikTok. Bei TikTok gibt es dann den Fitness-Content. Uh, jetzt sind wir aber hier am Bots. Zack, weg bist du. Ah, noch mehr Bots. Wir lieben diese Bots. Woher kommen die alle? Zack. Das macht da richtig Spaß, was wegzuhauen. Machen wir einen Mittelscheitel. Okay. Warte. Wo ist der? Das ist doch nicht die Mitte, oder? Alter. Tada. Tada. Ja, du bist zu 24. Aber ich sehe aus wie 18 manchmal. I know, I know. Wie groß immer noch 1,90. Die Sonne ist wieder am Scheinen. Antworte, die die... Das Ding ist, ich bin das wieder am DMs beantworten. Ich habe die letzten 1, 2 Tage ein bisschen vernachlässigt, weil ich einfach ein bisschen... Berlin ist immer ein bisschen busier als daheim. Aber ich werde mich wieder heute dransetzen und morgen werde ich wieder alles durchbekommen. Hör, wieso ist meine Hose kaputt? Lol. Ja. Okay, machen wir den Mittelscheitel wieder weg. Damit sehe ich doof aus, hat jemand gesagt. Ja, Bart. Das Ding ist, wenn ich mir ein Bart ein bisschen wachsen lasse, sag mal, tu wieder, du hast morgen einen Job. Mach ab. Deswegen mache ich es gar nicht zuerst. Möchte. Oh, jetzt kann ich die Kommentare nicht mehr sehen, wenn die Sonne zu stark war. Okay, ich glaube, ich gehe jetzt noch kurz mal eine halbe Stunde auf TikTok live. Einfach so, weil ich da, glaube ich, nur einmal in meinem Leben live war, um zu gucken, wie es da so ist. Fragt mich nicht. Ich bin heute ein bisschen zu lost und zu, zu, zu alles. Und ja, also wir sehen uns anwieder den nächsten Tag irgendwann. Und ja, bis gleich bei Tiki Toki. Tiki Toki.